Ich habe jetzt Angst, dass er eine Maus dabei hat, weil da sofort ein Gewuscht ist. Oh, dem ist aber nicht so. Nee. Schade, ich habe eine Funger. Möchtest du nicht lieber einen Monte-Riegel? Ist keiner mehr da. Oh, das sind alle. Okay, so, einfacher Modus. Na, dann versuchen wir es doch mal da. Mit neuen Credits wird er auch dicht. Aber jetzt weiß man ja schon besser. Nehmen wir ihn mal. Hast du euch alles gezeigt, was du wissen musst? Ja, in diesen drei Sekunden. Also ich meine, vielleicht kriege ich ja den Kampf erstmal ein bisschen besser hin. Den ersten. Und den zweiten vielleicht auch noch. Jetzt brauchen wir halt am ersten Punkt den Exploit, möchte man fast sagen. Ja. Oh, oh. Mist. Naja, vielleicht kriege ich ja gleich wieder was zum Hinkennen. Ich frage mich, ob das für irgendwas anderes ist, was für Punkte, diese Balance. Ja. Also wahrscheinlich ein paar Sprechen. Im Übrigen, ich mag, wenn die so angeschlagen sind, dass die so kaputt ausschauen. Ich frage mich jetzt schon wieder was zum Hinkennen. Ah, nein. Oh, wie fies. Äh, ja. Das hat nichts gemacht. Statt. Ah, nein. Ja, aber... Ach, das ist jetzt fies gewesen. So, jetzt kriege ich das zum Hinkennen, das ist doch Wahnsinn wieder mal. Da oben fühlt sich auch so eine One-Up-Leistig. Ja. Und soweit ich sehe. Auf jeden Fall mit den, ähm... Mit den Kristallen, oder? Mit den Kristallen auf jeden Fall, ja. Und vielleicht ja auch durch Gegner langsam. Woop, woop. Aber sieht nicht so ganz da noch aus, ne? Da ist wieder ein... Er ist ein Kristallis jetzt. Ja. Oh. Cool. Ui da. Oh nein. Kriege ich den? Ja. Das wäre so fies, wenn es dich aber auch irgendwie in die Staple gehauen hätte. Ah, der tut mir wenigstens nichts. Nein! Das ist bei uns, tut mir doch alle nichts. Okay. Ja, dann gehe ich mal auf den oben drauf jetzt lang. Ja! So, da ist die Lipp, Lipp, Lipp. Nein! Nimm alle mit. Wir runter, wir runter, runter. Wieder, wieder. Ui, ui, ui. Okay, am besten jetzt hier stehen bleiben. Wunder, 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 wunder. Ja? Easy! Der ist doch... Also, ich verstehe gar nicht, was an dem so schwer sein soll. Wahrscheinlich gibt es bei allen anderen auch so eine Stille, wo man verstehen kann. Man muss ihn doch finden. Ja. Oh, was ist denn das? Das ist mir jetzt auch egal. Achso, ja. Ja, hab's doch eingesammelt. Bin ich jetzt golden geworden oder so? Aber ich hab schon weniger Leben, glaube ich, verloren. Deutlich besser, ja. Und der Antoin auch. Ja. Außerdem... Oh, oh, wow. So viel bis zum nächsten Level abgekommen. Jo. Oh. Achso. Ja, na, na, na. Dann könnt ihr mal einfach... Ja, ich vermüsste immer einfach. Ja. Boing, boing. Nein! Ich will doch nur schlagen. Wollt er gerade irgendwie nicht so. Ich will doch nur schlagen. Ich tu doch nichts. Ja, wenigstens weiß ich jetzt, dass ich mir, dass ich keine Angst vor den Ballons haben brauche. Ach, das ist der jetzt das klar geworden? Ja, ja. Achso. Sehr, sehr spät erst. Ich will da hoch! Ne, wird nichts. Nein, lass ich's. Und wieder eins weg, ja. Schnitt. 45 Minuten später. Oh, verdammt, da hätten wir mehr Punkte gebraucht. Für den letzten Level. Oh, nein! Ich brauch doch ein What Up. Weil ich nicht weiß, wann mein nächstes Leben flücken gegangen ist. Ich zweifle sehr schnell. Ja. Ja. Das ist alles gut. Ja. Und wieder eins weg, ja. Dafür, dass... Nein! Doch! Ja! Oh nein, der schon wieder. Ah! Oh, was für eine Gemeinheit. Ich renne rein! Was ist nun passiert? Bin ich... Okay. Ja. Nehme ich jemand anders diesmal? Ich nehme mal sie. Listen! Ja! Wohoo! Und... Spring! Yes! So, ja. Boim, boim! Wie funktioniert das ja auch? Ja, na dann ist das ja viel einfacher. Oh, mein Leben! Ja. Ich scheine aber, dass es gut ist, wenn man es bekommt, aber irgendwie irgendwo. Oh, mein Leben. So, vielleicht irgendwann nochmal ein One Up. Oh! Ehrlich! Ich habe irgendwoher ein One Up bekommen. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein One Up her. Ich gehe da einfach... Ah! Nein! Und wieder weg. Und Tschüss! Ich gehe jetzt hier einfach so lang. Da passt das schon. Ah. Ja. 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 Puh! So, ich glaube. Ja. Du sollst eigentlich die auf ihn werfen? Ne, ich glaube nicht. Ich hätte sie jetzt erst wieder auf den Kopf zu werfen. Ja. Das wäre jetzt nur meine Idee. Ja. Aber... Ja. Aber... Aber auch nur, wenn er das in den liegt. Ja. 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 Wenn er diese Scheren nicht machen würde. Ja. Das ist ein ganz krass, wie hier der Exploit sozusagen ist. Ja. Uh! 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 Sehr schön! Ah! Ja! Was macht der denn? Das ist neu, was haben wir vorhin schon gesehen. Uh! Du kannst doch die Dinger da draufhüpfen, solange sie nicht blutig sind. Ja. Uh! Das ist voll gut zu wissen. Ja! Ja! Äh! Bitte! Nicht! Komm! Nein! Oh! Nur weil ich auf den drauf gelandet bin noch. Aber egal. Nein! Ah! Wie viele Continues habe ich jetzt schon verbraten wieder? Ich bin unsicher. Ich glaube, eines? Ja, das könnte sein. Könnte auch zwei sein. Au! Bald ist es... Vielleicht eins mehr. Ja. Bald ist es eins mehr. Ja. Ich glaube, ich nehme bald wieder den Roboter. Der schlägt zumindest. Also der hat einen höheren Schlagradius, würde ich sagen. Ja. Ich frage mich auch, ob die dafür kleiner ist. Oder ob das nur so blöd ist. Ja, vielleicht hat sie ja auch nicht eine Hitbox hat. Vielleicht hat sie ja auch genau dieselbe Hitbox und denselben Schlagradius wie er. Das fällt nur nicht auf. Nein! Ich bin da hoch. Schnell! Oh! 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 Was gibt's da nicht? Oh, ok, ähm, lass ich ein bisschen wieder mitnehmen. Ich würde gerne mal wissen ob, aber ja! Könnte ich rein hier wissen. Das wäre wahrscheinlich der nicht gewesen jetzt für das Fichter. Ha! So geht's auch. Oh nein, ich kann wieder nicht, äh, mich heilen. Buida, buida! Yo, buida! Jo, jo! Gut. Dafür habe ich wenigstens dort getroffen. Das war erfolgreich, ja, das war ja auf jeden Fall, ja. Ich würde nach oben gerne schlagen, aber das würde ich nicht. Ach so, ja. Stimmt, das geht ja auch. Was zum? Jedes Mal. Ah! Oh! Schlimmer wird's nicht. Oh! Wo kam der denn her? Von unten kam der! Von unten kam der! Ich sehe schon, dass ich... ...sportlich jetzt wieder... Ja, oh! Kann ich mir auch gucken, ey! Diese Muscheln! Oh! Kannst du nochmal gucken, wieviel Level das Spiel hat? Schau mal! Oh! Ja, ja, aber es ist Wednesday! Oh! 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 Einfach weg hier! In der Hoffnung, dass ich nicht von denen nach unten getroffen werde... Huh! Oh, da ist er wieder! Einfach rums, rums, rums! Oh! Oh nein! Oh nein nein! Ich weiß nicht was ich hier mache, aber es funktioniert! Herzlichen Glückwunsch! Sie lassen so viele schöne Gegenstände fallen und ich krieg sie alle nicht! Nein! Oh der Lippel sieht aber cool aus! Und jetzt? Das Spiel dann übrigens, lese ich gerade Fun Fact Die längste Zeit zwischen Produktion, Start und Veröffentlichung eines Spielspiels Ich weiß, letztens kam irgendwie ein Spiel raus, was diesen Rekordwert für den Gameboy Advance hat. Wie komme ich an das denn ran? Ah, okay, so! Oh Gott! Ich würde mal sagen, das ist so ein Kandidat wie die Asterix und Obelix und Schlumpfspiele hier. Aquario, Clockwork Aquario. Oh! Und, komm schon, Boss! Yay! Oh, das geht so schnell. Ja, aber... Ich werde das nicht richtig genießen. Ja, aber... Was ist denn los? Weiter! Aha! Oh, ist sogar Gold jetzt! Komm schon! Das war's! Was? Das ist immer leicht. Weil ich so ein Gold-Ding bekommen habe offenbar. Hast du jetzt nachgeguckt, wie viel Level? Ja! Und? Spiel mal weiter! Aber vielleicht schaffe ich das nicht! Oder willst du dann, wenn ich Game Over bin, sagen, ja, du hättest noch so zu viel Level gebraucht? Ja, genau! Oh nein! Oh nein! Ey, dann dauert das gar nicht mehr so lange. Oh, ey! Was sind das denn für Level hier gegen Ende? Also gegen vermeintlich Ende. Ich komm da gar nicht mehr hoch... Ruhu! Ja... Frieda.... Ja, genau! Genau! Weißt du an wen er mich auch nicht nennt? Na? Ähm... So nen... Jaaa! Bloß eben ohne den Rüsseln! Ich sehe was du meinst! Krass! Müssten wir mal Mega Man X jetzt rausholen als direkten Vergleich! Könnten wir die X-Collections auf das Fenster haben? Ah! Ja stimmt! Und der erste Teil ist zumindest auch bei dir vorhanden! Aber den kann man nicht aufnehmen gerade! Mangels Hardware! Ähm... Ich hab nicht die Hardware dazu! Ach stimmt! Du hast die Hardware dazu! Oh! Na? Ey, ich frag mich gerade was ich hier machen kann, damit das klappt! Oh! 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 Oh Gott! Oh Gott! Jetzt hätte ich nur gerne nicht noch nen Leben verloren! Hilfe! So, ich versuch's mal mit dem hier wieder! Da! 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 Im Übrigen, die Entwicklung wurde gelungen! 1992! Oh! Beendet! 2021! Hilfe! Noch länger als manches Tetris-Game! Ja! Als manches Tetris-Game! Boah! Was denn? So lange ist das noch nicht in Verentwicklung! Sag ich doch! Nichts Gegenteiliges behauptet! Ich fürchte, da kann ich nicht widersprechen! Aber trotzdem! Die Implikation... Die Implikation ist so'n bisschen... ...schwierig! Egal! Ich bin golden! Vielleicht krieg ich von dem sogar einen Frank! Den krieg ich nicht! Wo? Schade! Nein! Ich wusste, dass der Kristall das nicht wert sein wird! Nee! Absolut nicht! Ein Leben für... Ein Nicht-Leben... Ist... Ist irgendwie nicht wert gewesen! Ja! Das ist ja gar nicht volles Leben wert gewesen! Ja! Für ein... Richtig! Deswegen sag ich ja ein Nicht-Leben! Und? Komm schon! Ah! Chuchu! Also... Egal, ob ich jetzt mit meinen One-Ups durchkomme oder nicht... Oh Gott! Wie süß! Oh! Schön wär's gewesen! Ja! Ist aber sehr süß! Ja! Finde ich gut! Gegen Ende kann ich das gut gebrauchen! Wie der Endgegner von... ...Megaman 3 auf dem Gameboy! Der Megaman 3 Endgegner auf dem Gameboy! Also der von 2, den fand ich jetzt auch nicht so schwierig! Ja! Aber der von 3 hat eine ähnliche Mechanik und deswegen... Oh! Das sieht aus, als wär hier noch nicht zu Ende! Wow! Ah! Das ist so chaotisch! Dann brauch ich erstmal den wieder! Äh... Ja, du? Machen wir die Kürbchen überhaupt was? Ja, nur wenn sie explodieren anscheinend! Stimmt! Oh! Und das tun sie sehr gut! Tudde! 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 Auge! Tudde! Oka! Ich sag dir... Ich werd hier noch... Das wird wahrscheinlich das letzte Level sein, aber... Ja! Nein! Nein! Ich mein, es sieht ja auch wirklich schön aus. Das ist ein bisschen wie mit den Turtles. Nur, dass dieses Spiel schwieriger ist. Was ist denn hier jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, dass ich... Ja, wahrscheinlich. Uiuiui! Oh, Alter. Ich weiß echt nicht, wie ich das so... Oder da oben leg. Ne. Ah! Alter! Ich... Oh ja! Nein! Ey, das geht doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Außer natürlich. Außer natürlich. Oder kriegt ein Hochhüpfung von oben runter. Mhm. Oh! Ich krieg's trotzdem selbst ab! Oh Mann. Ja! Alter, das ist... Wie hieß das denn, bitte? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ah! Ah! Oh, dann sollen wir draufhüpfen? Ja, entscheidend. Dann gehen wir ja gar nicht hin. Weil ich einfach nur den Bombo... Ja. 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 Ja! Nein! Tun wir so, als wär ich durch gewesen, oder? Aber wir haben die Endsequence nicht gesehen. Und wie ist die? Keine Ahnung! Spielself? Ich bin dafür. Dann können wir auch den ganzen Abend noch weitermachen. Oder wir lassen Gargoyles doch raus. Oder möchtest du? Ja, dann...